So, ihr fragt euch sicher, hä, wieso spielst du denn jetzt hier nicht Hardcore BOP? Wieso eigentlich nicht? Wieso spielst du jetzt Voddlecar? Und zwar spiele ich jetzt Voddlecar, weil ICC rauskommt und ICC einer meiner Lieblings-Rates ist. Ja. Ich werde nicht meinen Char hier weiterspielen, ich werde einen neuen Char machen, weil ich auch Bock habe, einen neuen Char zu spielen. Und zwar ist der Plan... Ich fange einen neuen Char an. Ja, einen Todesritter werde ich spielen, von Level 55 bis Level 80 und dann Raid-Ready machen und hoffentlich irgendwie in den ICC reinkommen. Ja, ich habe gelesen, ich habe gelesen, viele Leute suchen einen Todesritter für einen Raid, deswegen spiele ich einen Todesritter. Ähm, ICC muss gar nicht 25er HC sein, ich will einfach nur ICC raiden. Meinetwegen auch 10-Mann-Raiden. Ja, ich liebe den Raid, ich will ihn einmal wieder sehen. Deswegen Voddlecar HC, also Hardcore-WOW, werde ich hier weiterhin spielen. Ja, keine Sorge, mein Paladin lebt, Hardcore-WOW wird es weiterhin geben, aber ich hatte gerade Bock. Ein bisschen Voddlecar auf nebenbei. Ja, das war's.